Moinsen ihr Füchse und Füchseinnen da draußen, ich bin euer Blaupuchs und begrüßt euch wieder recht herzlich zurück hier zu Gothic 3. Wir sind immer noch in Nordmar unterwegs und arbeiten uns gerade vor ins nächste Ahnengrab. Da scheint auch schon der Obermods rumzulaufen, der wollte uns wohl, Berrek, wollte uns wohl aufs Maul hauen, aber dann doch nicht getraut. Na Berrek, was los? Na komm her, kleiner Dödel, oh mein Gott. Du musst doch nicht deine Kumpels mitbringen. So wichtig ist das nun auch nicht. Na Berrek? Du bist aber echt schnell unterwegs, er ist richtig heiß, Alter, du das merkst aber auch, ne? Der hat richtig Bock, der hat richtig Bock. Oh komm. Du warst das aber, oder? Wo ist Berrek? Habe ich Berrek jetzt gesammelt, gelootet? Da ist Berrek. So. Ich glaube wieder so ein Seitengang, ja. Jetzt machen wir erstmal Licht. Zack. Und dann schauen wir uns hier erstmal um. Nicht wahr? Da ist noch ein Skelett. Da sind noch sehr viele Skelette, sehr viele Skelette. Wie sieht das hier aus? Hier nicht. Okay. Ist noch alles entspannt, Leute. Ist noch alles entspannt. Warte, ich gucke mich erstmal um und dann gehen wir gleich tiefer rein und werden auch hier wieder höhenentspannt den Ahnenstein verwenden, um dieses Grab zu befreien. Vorher jetzt eben nochmal unseren Dämonen wieder gerufen. Nicht wahr? Oh, der kann uns ein bisschen unterstützen. So, pass auf, ich hole jetzt hier gleich so eine riesige Menge an Leuten ran. Wunder dich nicht, kleine Dämonen. Das wird unangenehm für dich werden. Und rauf da, genau. Ich nehme dann die, die an dir vorbeilatschen, okay? Das sind dann meine. Das ist eine Menge, Alter. Leute, was ist denn los bei euch? Eieiei. Oh, oh. Oh nein. Oh nein. Muss irgendwo hoch. Ja, das war gut. Das ist gut hier. Komm hier nicht hoch. Oh, oh, warte. Auch nicht so gut. Leute, was ist denn los? Oh mein Gott. Eine dicke Meute wieder hinter mir herrennen, Alter. Zack. Zack. Oh, warte, hier könnte das klappen. Hier könnte das klappen. Das sieht gut aus. Jawohl. Sehr schön. Ich habe einen Spot gefunden. Nun bin ich sicher. Warte, dann können wir das auch hiermit machen. Geht schneller. Jawohl. Ich bin schon was ein mächtiger Marier, oder? Komm, ihr könnt das mal ruhig zugeben. Ich bin schon gut was dabei. Ist mein Dämonen? Ist er noch sich am Prügeln, oder was? Bist du dich noch am Prügeln? Beulst du dich da noch irgendwo rum? Dämonen? Ah, er hat tolle Blatt gemacht, offensichtlich. Die Skelette haben gesiegt über meinen Dämonen, aber es war auch eine schiere Masse. Ich mache ihm keinen Vorwurf. Er hat alles gegeben. Seine Schuldigkeit getan. Und dann blickt er zurück. Und dann blickt er zurück. Noch mehr Skelette. Gefahren, ey. Mach's das dann? Nein, nein, nein. Noch mehr Skelette. Na, was ist denn hier los, Alter? So, was war mit deinem Pfeilbogen? Habt ihr gesehen, was mit dem Pfeilbogen gerade abgegangen ist? Komplett am Ausrasten, der Boy. What is that, ey? So, ja gut. Dann würde ich sagen, eben noch mal ein bisschen Fleischschwanzen. Ragout. Ah, sehr schön. Los geht's. Ah, warte. Erstmal den Runensockel. Direkt gleich alles schön machen hier. Ah, dort kann man etwas hineinstecken. Mhm, aber nicht den Lörriss rausholen jetzt, ja? Geht doch. Geht doch. Alte Truhe. Schön, schön, schön. Jagdgeschick plus 10. Brauchen wir jetzt nicht, aber trotzdem nice. Nehme ich doch alles immer gerne. Jetzt wird erstmal gelootet. Was geht? Und dann machen wir uns gleich weiter auf in Richtung Feuerklammer. Ich finde auch schön, wie wir die ganzen Ahnengräber schon finden. Das ist super. Ich glaube, die habe ich damals alle suchen müssen mit so einer Karte. Das Blöde ist mir wird wahrscheinlich nachher eins fehlen. Und dann werden wir doch mit der Karte wiederum suchen, ne? Wie das halt so ist, ne? Wie das halt so ist. So. Aber insgesamt habe ich erstmal ein gutes Gefühl. Gut, raus hier. Ich kann keine Skelette mehr sehen. Mie, mie, mie. Wo sind wir denn jetzt? Das ist aber jetzt ja nicht mehr... Ich bin ja komplett ab vom Schuss. Ich wollte irgendwie in diese Richtung. Also wir sind irgendwie so gar nicht da, wo ich hin wollte. Wir wollen ja eigentlich entweder zum Kloster oder Feuerklan, was wir auch immer als erstes finden. Jetzt mal hier lang. Ich muss eigentlich den Berg da irgendwie hoch. Den Hügel hoch. Da irgendwo hoch. Aber da geht es gar nicht hoch. Das heißt, wir gehen mal außen rum. Wir gehen jetzt mal hier unten lang. Gehen da mal außen rum. Ich glaube, das ist der Weg, der uns Richtung Feuerklan führen wird. Ich bin mir ziemlich sicher. Da war eben noch eine kleine Keule Fleisch eben reingeatmet, ne? Du kennt. Quicksafen. Oh, dann gucken wir mal. Moin. Euch lasse ich diesmal leben. Ich muss jetzt hier wirklich nicht alles umbringen, ne? Ihr seid so nett und süß. Dein Kampf gehört. Miya Mora. Ach, das war der falsche Zauber. Oh, Schamane. Leute, Schamane. Oh mein Gott. Das ist jetzt wieder richtig scheiße gelaufen, weil ich erst den falschen Zauber ausgerüstet hatte. Voll dumm. Hey, du lebst ja noch. Dann wäre er tot. Wieso lebt der denn in Alts noch? Oh Gott, das läuft ja gar nicht. Wir müssen hier abhauen. Das Problem ist, dass dieser kleine Ast im Weg ist und schützt die. Meine Feuerbälle bleiben an dem Ast hängen. Ahnst es nicht. So. Jetzt nochmal. Beschissene Schamane, Alter. Gebt mir auch einen Piss. Trefft den auch nicht. Ne, immer noch nicht. Jetzt. Nein. Wir sind einfach ganz nah ran. Jetzt. So, das sieht mir sehr nach Feuerclan aus, Leute. Ich glaube, wir haben ihn gefunden. Aber dass die direkt, dass der Feuerclan direkt vor sich so ein kleines Orklager hier sitzen hat und denen das scheißegal ist, ist beeindruckend. Ey, wie komme ich denn, wie komme ich denn zu euch hin? Wie ist das denn? Wie geht das denn da hin? Also das ist eindeutig der Feuerclan. Die Frage ist und bleibt, wie kommt man da hin? Müssen wir irgendwann erstmal nach unten kommen? Okay, da kann man wahrscheinlich hier so irgendwo lang. Ich versuche jetzt erstmal einen Weg hier nach unten zu finden. M. Ja, wir finden da schon was. Irgendwo geht das da schon runter. Sind da noch lebende Orks? Guck mal, das ist da, wo wir waren. Oder? Ne. Ich sehe da keine lebenden Orks. Oh mein Gott. Säbelzahntiger. Aber hier geht es runter. Ich glaube, hier geht es runter. Nochmal Säbelzahntiger. Dum 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 dum. Okay. Hier ist wieder die Brücke. Die sind wir, glaube ich, vorn gegangen, ja. Alter, wer hätte denn gedacht, dass das nicht der Weg ist? Das ist nicht der Weg. Wir müssen da vorne seitlich runter. Den würde ich jetzt gerne von hier oben platt machen, ne? Geht aber nicht. Ich höre schon wieder Wölfe. Ich sehe sie nicht. Abgefahren, Alter. Oh nein, 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 nein. Ich habe ihn angebumst. Ich wollte das nicht. Oh mein Gott. Ich habe schon gecastet. Da war es zu spät. Aber zum Glück sind die so langsam, weil es bergauf geht. Geil. Alles cool. War natürlich voll gewollt. Ich habe mich nicht gerade kurze Zeit fast eingekackt. Ja. Alles nice. Wo geht es denn jetzt hier lang? Alter, was ist da los? Da geht es wieder zum Hammerclan. Hier geht es irgendwie. Ich glaube, das führt. Hier unten ist, glaube ich, die... Oh mein Gott. Da unten ist, glaube ich, der Eingang zur Mine. Der zweite Eingang. Der second Eingang. Ey. Weg. Checken wir mal kurz. Ich glaube, hier lang geht es zum second Mineneingang. Das können wir ja schon mal checken. Ganz entspannt bleiben, Leute. Ganz entspannt bleiben. Da sind auf jeden Fall ein paar Goblins. Mit Glück kein Schamane. Schon wieder hart von meinem Weg abgekommen. Da sind wieder Orks. Mörder! Ja, ist korrekt. Liga. Oh mein Gott. Jetzt sind ein paar mehr als gedacht. Gebe ich zu. Laufen, laufen, laufen. Ja, mach mal. Ich fack dich in Stücke. Ich habe da gerade einen Minecrawler gehört. Alter, was ist denn los hier? Jetzt kommt da noch Minecrawler an. Was geht ab? Wo bin ich hier gelandet, Mann? Ich werde von allem gebuckt hier, ey. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Das lassen wir mal schön sein. Oh, weg. Junge, geh doch mal weg. Da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kein Gegner für mich. Das werden wir erst noch sehen, Leute. Ich habe zum Glück die Minecrawler aufgescheucht. Deswegen sind die jetzt auch aggro auf die. Das ist ein Schamane? Scheiße, das ist ein Schamane, oder? Nein. Doch. Der Anführer. Leute, ihr seid mir viel zu viele. Ich habe gar keinen Mana mehr. Wollen wir uns mal ein bisschen Mana erstmal reinorgeln? So. Wir haben ein Getränk. Dann quicksafen. So eine Scheiße, Alter. Was geht hier ab? Hau ab! Und du auch! Schamane. So. Sind die jetzt alle tot? Nee, noch nicht. Richtig übel, oder? Wie viele Orks es gibt. Total bekloppt. Oh mein Gott, da kommt noch mehr. Was ist los? Wo kommt die alle her? Die hauen noch nicht ab. Oder doch? Ah doch, die hauen jetzt ab. Jetzt haben die Angst. Tschüss. Ich mache euch klar, weil ihr gegen den Wand lauft. Gegen den Wand. So. Okay, wir haben es geschafft. Wieder ein Orklager ausgerottet. Können wir uns schon mal drauf einstellen, wie das nachher in Myrthana wird, wenn wir die ganzen Ortschaften befreien. Überlegen wir, das müssen wir auch noch alles machen. Verrückt. Das wird aber Spaß machen. Dann können wir endlich das schöne grüne Land von den Orks befreien und die Rebellen kehren wieder zurück in ihre Heimat. Das wird super. So. Okay, das war zwar nicht so gedacht, aber ist doch auch schön. Wieder die Welt ein Stückchen sicherer gemacht. Jetzt gucken wir mal, was das gewesen wäre. Da wäre wohl einfach ein riesiges Orklager mal wieder gewesen irgendwo. Hier hinten. Ja, hier. Das war es auch schon. Okay. Kurz einen Blick mal in die Hütten werfen, ob da irgendwas Lootbares drin ist. Schatulle. Ein paar Schwerter. Wein. Stuff. Jede Menge Stuff. Hier ist noch eine Kiste. Metalltour. Öffne sie, Helm. Du sollst sie öffnen, nicht abbrechen. Ein Scavenger-Ei. Okay. Geht das hier irgendwo hoch? Das könnte Richtung Feuerclan führen. Ich habe keine Ahnung, wo das jetzt hier hochschnecken mobilisiert. Wir gehen mal kurz gucken, wo der Weg hinführt, ja. Ich bin jetzt schon wieder komplett ab vom Schuss, ich weiß. Aber er nützt ja nichts. Wir gucken jetzt mal, wo das hinführt. Irgendwo wird es hinführen. Wo sind wir jetzt? Okay, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wofür wird das hin? M? Hammerclan. Alles klar. Und das wird wieder der Weg runter sein, wo wir gerade herkamen. Ja. War ich hier drin? Ja. Okay. Okay. Cool. Wir müssen jetzt aber hier lang. Alter, was haben wir denn hier gemacht? Wie das aussieht, Alter? Was ist passiert? Die komplette Spur der Verwüstung. Feuerclan. Hammerclan. Feuerclan geht irgendwie da lang, angeblich. Nee. Muss ja hier lang gehen. Da sind wir aber lang gelascht. Das ging nicht. Wir müssen da drum herum, um den Hügel. Ich habe leider die Orientierung schon wieder verloren. Ihr kennt es ja. Würde aber schon irgendwie gehen. Da haben wir jetzt hier noch ein bisschen Waffen ein. Ich glaube, wir müssen hier lang. Hier müssen wir lang. Und dann gleich irgendwann rechts. Das könnte uns da hinführen, wo wir hin möchten. Noch Kaffee? Ja. Noch ist Kaffee am Start, Leute. So, mal gucken. Ich sage ja, das ist eine verwirrende Gegend. Das wird auch nicht besser. Genau. Hier waren wir. So. Was sagt dieses Schild? Hammerclan. Und das sagt Feuerclan? Das sagt Feuerclan. Dann folgen wir doch mal den Weg. Genau. Dann sind wir den Weg gelatscht. Das weiß ich auch noch. Und dann irgendwie sind wir aber vom Weg abgekommen. Wenn wir jetzt mal gucken. Ist das jetzt eigentlich nur noch geradeaus? Wir müssen eigentlich nur noch geradeaus laufen. Da kann eigentlich nichts mehr schief gehen, wenn man sich jetzt nicht einfach vom Weg abbringen lässt. Wie ich das ja so gerne tue. Hier geht es mal nur geradeaus. Diese Richtung. Dann wird er kommen. Dann wird er kommen. Ich sage es euch. Genau. Ich bin hier nämlich lang. Uah. Ich remember. Hier geht es mal nur geradeaus. Schön geradeaus. Kommt irgendwann die Wicken. Jetzt ist da wieder ein Schild. Das nehme ich glaube ich jetzt runter. Feuerclan da lang. Oh Gott. Gehen wir da mal lang, ne? Jawohl. Jetzt sind wir wieder hier unten. Okay. Wir sind wieder auf Kuras. Wir sind wieder auf Kuras. Quicksafen. Boom. So. Kloster und Feuerclan. Beides in diese Richtung. Wir gehen würde ich sagen erst mal zum Feuerclan. Mal erst mal den Troll hier weg. So. Troll ist dann. Da ist ein weiteres Ahnengrab. Du ahnst es nicht. Oh oh. Oh je. Moin. Geh den her. Moin. Moin, moin, moin. Bitte entspannt bleiben. Ich bin hier nur zur Durchreise. Ich höre Kampfmusik. Ich sehe wieder nichts. Hier sind wieder Blutspuren. Vielleicht führen die jetzt mal zu diesem weißen irgendwas. Ich folge kurz der Blutspur. Okay. Ich weiß. Ich soll ja nicht Blutspuren folgen. Ich folge ihn trotzdem. Und es ist wieder nur ein Schattenläufer. Egal. Aber ich bin ihm gefolgt. In sein kleines Schattenläufer Nest. Gut. Dann gehen wir jetzt mal hier rein. Und ich würde sagen. Veräumen wir mal eben das nächste Ahnengrab. Das ist glaube ich schon das vierte oder so. Also ich glaube. Ich glaube es gibt nur fünf. Glaube ich. Also ich. Vermute nur. Das könnte sich auch als ein Trüberschuss herausstellen. So. Achtung. Es geht wieder los. Proben sind jetzt erstmal die Skelette an. Dann werden die eh alle aggro. Und dann kümmere ich mich um die. Nein da. Hier kommen wir. Da sind noch mehr. Da muss ich einfach reingehen. Alle wegbumsen. Möge die Bumserei beginnen. Oh warte. Wieder ein bisschen Entdeckung gehen hier. Wegfindung muss versagen. Weißt du wenn die Wegfindung versagt können wir entspannt töten. Warte. 3. 3. 3. Schnell die 3. Schnell die 3. Sehr gut. Und nochmal. So lobe ich mir das. Dann eben Marathon rein. Genau. Das ist ein bisschen was laut. Muss man schon sagen. Ja. Yo. Meine Lieben. Der Hahn. Er ist am Krieren. Und ihr wisst was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle so einen ganz kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das ganze gefallen oder nicht gefallen hat. Lasst bitte wie immer entsprechende Däumen bleiben da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne in einem Video posten. Und ansonsten. Wir machen uns dann ganz gerne gleich im nächsten paar wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss euer Blaufuchs.